Aufnahme. Guten Tag. Du hast das Special alleine. Ja, ich mach grad schön Aufnahmen. Also wir spielen eine Runde Bad Wars als Weihnachtsspecial auch. Ja, ne? Und da sind der Logs for Anyone. Bei mir im Team. Ich natürlich. Und da hat sich der Gummibär da hinten verschanzt. Alter, der Shop ist ja richtig geil. Und im Übrigen, wir haben als Gegner drei rote Kollegen. Das sind solche anderen, die einfach auf dem Server waren, die einfach da eben alten Shop verwenden, neuen Shop verwenden. Geil. Ich hab Eis, äh, boom. Ich nicht. Ich hab gar nichts. Ich brauch erstmal überhaupt was. Ja, du sagst auf, da auf diesem Klotz-Dings da ist hier. Ach, da spawnt es. Ach so, da ist das einfach. Ach so, ich dachte schon. Ich dachte, das wäre einfach nur wie so. Wo ist das? Hä? Wo ist das Klotz-Dings? Können wir die Blöcke reichen, zwar bis darüber, aber nicht mehr zurück. Ja, auch noch ein paar Blöcke. Ups. Oh, Alter. So lieb ich das, ne? Die Shop sind viel, viel besser als alles andere. Als alle anderen Shop. Ach so bist du, das bist du schon bei der Mitte. Wann hat er das denn geschafft? Ja, ja, ja. Ich bin in der Mitte. Ich hab's gebaut. Ich hab' gesagt, ich hab' genug Blöcke für rüber, aber ich hatte' nicht mehr genug, um wieder zurückzukommen. Alter, das ist ja richtig geil mit dir. Was? Ich hab' grad' ein. Wo ist das Eisen? Wo ist das Eisen? Ich will das Eisen haben. Wo ist das Eisen? Ähm. Ich hab' ein Eisen. Ich hab' einen umgebracht. Ich hab' einen umgebracht. Ich bin so richtig stolz. Eins. Der sagt einfach eins. Das bringt auch nichts eigentlich. Ich hab' Gold, ich hab' Gold, ich hab' Gold, ich hab' Gold, ich hab' Gold. So viel Gold. Wo ist das Eisen? Wo ist das verdammte Eisen, Alter? Das ist, das ist auf diesen, siehst du diesen Klotz da, der zur Brücke führt. So. Der ist da. Der spawnt da. Wenn ich mal zu unseren Freunden rüber gehen. Guckt zu unserer Brücke. Ich seh's nicht. Hier, 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 hier. Hier spawnt Eisen. Hier drauf. Auf dem Ding hier. Spawnt Eisen. Hier spawnt Eisen. Ich hab' auch einen umgebracht. Aber ich bin selber tot. Ihr habt euch gegenseitig umgebracht. Wow. Ich brauch' 13 Eisen. Feilen. Und... Zumal, ich hab' alles Gott schwendet für... Hey, du... Es wird, du hast gerade, das ist ziemlich kack hier, weil da ist gerade ein Eisen zur Seite runtergeflogen. Ups. Ich wusste nicht, dass es auch runterfallen kann. Egal. Könnt ihr vielleicht ein bisschen Eisen für mich sammeln, weil ich brauch'... Lass' es mal abbauen. Lass' es mal abbauen hier, das. Sonst fällt das nämlich da runter. Ich baue mal nicht. Zack. Okay. Könnt ihr mal, könnt ihr mal für mich ein bisschen Eisen zusammen sammeln? Weil ich brauch' da unbedingt für ein bisschen Special Equip sozusagen. Hast du auch noch einen? Schau, dass ich nicht aufnehme. Ey, ich kann irgendwie nix abbauen. Ja, ja, ich glaub' das hier ist die anfangs schon gesetzten Blöcke. Ach nee. Bei den anderen waren ja aber nicht gesetzt. Bei den anderen war sowas nicht. Äh, hilft mir irgendwer. Ich hab' hier... Ich hätte fünf Spitzhacken. Gummibirchen. 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 Kannst du vielleicht Eisen sammeln? Was kann ich machen? Äh, nicht. Ich dachte nur vielleicht, dass ihr mir alle euer Eisen geben könnt. Eisen, ich hab drei. Ich hab drei. Jetzt hab ich sechs. Ich hab sechs. Ich komme. Ich brauch ganz, ganz Eisen. Ganz, ganz, ganz. Sind die hinter mir? Äh, nee, die bauen sich jetzt grad hoch. Jetzt nicht mehr. Oh, ich hab keine Blöcke. Ja, ich hab... Uh. Oh. Mein Gott. Das schreckt mich nicht. Oh, so jetzt komm ich aber hier nicht hoch. Nein. Nein, nein. Das macht die nicht. Das macht die bösen Leute nicht. Die bauen sich komplett... Hä, hier steht, du... Der Block unter deinem Teammitglied kann nicht zerstört werden. Ach so, weil ich unter ne... Ach, das... Das ist ja noch besser als bei... Gomme Effect Wars. Bei denen kann man sich nur nicht gegenseitig umbringen. Du kannst aber hier unter nem Teammitglied gar nichts erbauen. Kannst du mir dein Eisen geben? Ja, hier. Warte. Ich hab sieben Stück. Oh, jetzt bin ich tot. Ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. So, so, komm. Etwas tiefer, etwas tiefer, etwas tiefer. Etwas tiefer. So. Getroffen erst. Und dann... Yes. Hast du Bogen? Ja, ich hab nen Bogen. Ich hab mir von mein Gold gekauft. Ich hab hier... Ich hab hier acht Stück. Tut mir leid. Jetzt ist, weil ihr mir nicht helft. Ich hab hier jetzt schon... Noch wie... Schon mal... Ich hab jetzt noch mal neun... Gold und niemand holt es sich ab. Ich hab halt Angst, dass die jetzt zu uns kommen. Ich komm's abholen. Ich bin... Ich hab ja keine Sachen. Ich hab auch Sachen. Ich hab gut was an Sachen jetzt. Ja, dann... Ich hab so ganz... Sprungtrank Level 2. Der ist so geil, alter. Was für Trank? Ich kann zwei Blöcke hochspringen. Äh, Sprungtrank 2. Komm ist der richtig teuer. Den Sprungtrank gibt's gar nicht auf Komm. Doch. Echt? Der kostet 16 Eisen. Der kostet 16 Eisen. Uh, 16 Eisen. Den gibt's gar nicht. Es gibt... Ja, 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 ich kann äh... Ich kann Gold nehmen. Ich kann... Bräuch' ein bisschen Gold. Blocks. So, hier äh... Nimm alles Gold, was ich habe hier. Danke. So, ich geh mich jetzt... Bitte. Oh, scheiße, ich hab kein... So, gleich. Ciao, ciao, ciao. Und viel Glück. Warum hab ich... Ich bin bereits zum... Töten. So, geschafft. Oh mein Gott. Ey. Die wollen nicht sterben. Die wollen nicht sterben. Das kann ich aber irgendwie auch verstehen. Oh, ich hab jetzt hier... Ist unser Bett eigentlich irgendwie... Irgendwie... Was ist Hell-Equipment? Was ist Hell-Equipment? Was ist Hell-Equipment? Was ist Hell-Equipment? Spitzhacke der Macht? So, beim Kommt's meint die damit zu. Abfühl der Macht. Haben die Bogen? Fall der Macht. Bogen der Macht. Bogen der Macht. Alles der Macht. Wir haben die nicht. Aber die kriegen gleich sicheren Bogen, weil niemand aufpasst. Und ich... Also, passt jemand auf die Mitte auf jetzt, wo ich... Mir essen würde? Ja, ich... Pass auf die Mitte. Ich weiß, ich komm gerade. Ja, ich bin nämlich gerade am Verhungern und am Sterben. Und ich brauch ein paar Blöcke. Okay. Ja, die haben jetzt da und ich eh nicht rüber. Ich hab nen Pfeil der Macht mit Knockback 1 bekommen. Ich hab viel Gold. Also, ich würd dann auch gern mal wieder zurückgehen. Wenn dann... Okay, lass dich. Ich komm sofort. Ich hab noch nicht mein Schwert. Also... Ich kann dir ein Schwert mit. Kann ein Schwert? Ich... Ich bring dir ein Schwert und eine Chestplate mit. Ja, ich... Und starke Rüste, was? Stark... Stimmt, ich hab keine Rüstung. Oh mein Gott, ich hab keine Rüstung. Ich hab keine Rüstung. Das ist so... Alter, Blocks, geh dir mal Rüstung besorgen. Ich bring unserem... Ja, okay, ich bin ja noch bringster Archer. Oh nein, ich hab Angst. Warte, warte, warte. Bogen, 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 Bogen. Ey, split, gib mal bitte das eine Gold. Dann kann ich mir einen Bogen kaufen. Da, bitte. Ja, bitte. So, Sekunde. Blocksplan da, Blocksplan da. Ich bin groß. Ich bin groß. Ich wollte gerade groß. Was ist das? Ich wollte gerade den Chessplett hochzuwerfen. Kann ich leider nicht mehr. Kann ich mir gleich eine Spitzhacke mitbringen. Gumm. Wer? Das ist so, ich verstehe wieder nichts. Du sollst mir nicht... Ähm, eine Spitzhacke mitbringen. Immer noch nicht. Gumm. Bring mir eine Spitzhacke mit. Gibt es eine Spitzhacke? Bring mir mitverstanden. Spitzhacke. Spitzhacke, okay. Ich bring mir eine Spitzhacke mit. Und vielleicht noch ein paar Blöcke. Das überleg ich mir noch. So, ja, so. Ein Schwert für sieben Eisen. Bogenstufe 2,2. Ich hab auch den Bogen auf. Was soll ich noch mitbringen? Blöcke. 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 Gibt's auch... Oder noch einen Spitzhacker messen. Ich hab einfach einen Bogen. Äh, ich hab einfach einen Pfeil, der mich zum Herrscher der Betten macht und Knockback 2 hat. Was? Ein Pfeil? Ja, ich mein Ernst. Das klingt irgendwie widerlich. Herrscher der Betten. Hahaha. Ich hab... Aber wenn du mal auf Hale Equipment gehst, das ist das äh... Habt ihr... Mann, das brennt... Ich will mitmachen. Ey, warum habt ihr... Warum habt ihr Flame-Bögen? Das hab ich. Das hab ich irgendwie. Ach, dein Flammbogen. Warum? Kannst du mir grad meine Blöcke und meine Spitzhacke geben? Oh, ich würd auch gerne... Das spricht unfair eigentlich. Wenn ich mal ehrlich bin. Was ist unfair? Kann ich mal... Was ist das? Ein Flammbogen, ja. Ich brauch... Blöcke und Spitzhacke. Hey, ich hab dir eine Spitzhacke hingeworfen, die hast du schon lange aufgesammelt. Oh. Ich hab dir aufgesammelt. Oh, äh, ups. Ich hab euch beiden eine gegeben. Also... Ich hab eine. Ich geh mal kurz zurück und hol mir ein bisschen besseres Equipment. Ich meinst, Achtung. Es liegt dir da rum. Ich hab selber noch drei. So, ich mach mal. Danke. So. Haben die auf ihrer Insel Gold, ne, ne? Nö, ne, 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 ne. Oh mein Gott, wir haben viel Eisen. Ich hab alles Eisen. Ich hab 15 Eisen jetzt. Ich hab nur vier Eisen. Ja, ich baue mich mal da rüber. Statt den kleinen Besuch. Ah, gibt's Leitern? Ich weiß es nicht. Ich guck nicht mal nach. Dann könnt ihr mal eine Leiter da hochbauen, weil ich bin hier grad über euch und hab da so was schönes gebuddelt, gebaut, gebastelt. Mein Gott. Jetzt hab ich keine Blöcke mehr. Ah doch. Zupps, ich muss halt was höher. Was wäre? Etwas höher, sag ich. Ich hab keine... Oh mein Gott, ich hab keine Aussicht. Ich hab Leitern, ich kann dir ein paar mitbringen. Ja, jetzt bauen die da alles zu. Das ist typisch. Schusser getroffen. Das Helden Equipment, guckt euch das mal an. Wie viel das kostet die Sachen vielleicht, weil ich kann das irgendwie nicht so ganz sehen. Wenn mir jemand irgendwas geben, weil ich bin jetzt hier über den, bin ziemlich relativ nicht gut equipt. Was raus? was ist das Rüstung also es sind besseres Kennen und dann hätte ich noch drei Gold für euch er hat aber nicht mehr als ich glaube ich bin noch eine bessere chest in solch sie sind auf dem Dach ich muss jetzt werden mann geschaut gleich noch ein ja gerne schreibt er spielen immer wieder gern das ist doch um ja jetzt ist es nicht muss sich auf der Falle nach Wartner Platz war ich gebe die Karte Testpläte du hast ja gar keine Rüstung der Mann hat von oben irgendwie in das Haus einnehmen nicht nur Rüstung das schießt jemand ich schieße ich bringe die von innen um ich habe Fehler begangen das war jetzt auch ein okay ich habe ihn aus von hinten ja gut nachdem ich glaube ich glaube es ist oben ist oben ist oben oben und das war es auch noch ich denke aber sie hat sogar sie dazu und sonst kommen sie rein natürlich nicht erledigt die Töte sie Töte sie Töte sie haben die einsteig ich gehe rein und die Versuchung die ganze Zeit immer weiter ich glaube da hat er gar nicht leckt nein 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 ich schieße mit Fallen auf sie Alter war das knapp ich habe kaum mehr Leben ich bringe sie schnell um nein wehe alter wehe ich habe den in einer von der Hauptequip wenn jemand ein Kumpel was ist wo das Bett ich hab das Bett ich hab das Bett Alter 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 der kommt einfach hinter mir oh mein Gott oh mein Gott oh Gott das war ein Ruhig ich dachte gerade das wärst äh das wäre ein Gegner also du bist ich war so ich bin so kurz aufs Sterben auch diese hallo wir sind verlasst achso ja ich kann trotzdem schießen ohne es gibt noch einen letzten Gegner ich vermute mal der hat sich irgendwo auf der in ihrer Insel versteckt ja ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe das da an der Seite oh scheiße weiß er ist ja ich er versucht zu fliehen er ist runtergesprungen ok gute Entscheidung du hast ihn erledigt du hast ihn erledigt wow nice oh mein Gott ich wurde fast durch eine Hand umgebracht ja das ist das erste mal ich eine Runde ne das zweite mal glaube ich sogar schon dass ich eine Runde Bettwurst gewonnen habe echt ich spiele so selten Bettwurst ich habe glaube ich nur dreimal eine Runde in meinem gesamten Leben gewonnen oh mein Gott das sind richtig viele jetzt oder ihr viele ja es sind zwei Personen dazugekommen aha äh wo sind denn die Städte hier waren doch eben noch Sätzen ähm achso wir sind Team Blau immer noch ok gut ja klar ah ja schön ey diesmal ist der Dragon Keeper dabei ah du hast verlasst oder? ah Alelu ist wieder beigebraten ja Lila Alelu das war ganz kompliziert hier der Topos ist jetzt bei uns ne hier der Dragon Keeper ja der Dragon Keeper das war der beste Gegner das war eben der beste Gegner tatsächlich mhm das heißt den könntest du brauchen ich meine mit Split dem Meister der Betten und wer kann dafür stehen nein also wirklich guckt euch guckt euch einfach mal beim Special guckt euch nachher einfach das Special Equipment an also das Helden äh er ist so ein Buch Liebestipps für den Mann nehmst du eigentlich auf zwischen den Runden äh wie oder schneidest du das da zwischen den Runden also jetzt gerade nehme ich dazwischen auf ja manchmal mache ich da aber zwischen den Cut vor allem bei Gomme weil da ist meistens das Problem das dann eben ja da kommt da kommt die 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 es braucht mehr ich brauch sechs Blöcke weiß ich glaube nicht du wieder heimlich man kommt nicht hoch ist das denn schon wieder zugebaut das ist doch das ist doch das Grauen ist es auch aber offensichtlich hat Team Law immer so ein kleines Problem ja die anderen hatten es irgendwie nicht ja klar deswegen ne 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 bei dem war es glaube ich auch zu Wort ach so du baust dich schon hoch und ich hab extra Blöcke dafür ja klar ich hab ja klar ich hab okay und dann nicht nicht zur Mitte zu bauen das Schwerste kostet 5 Gold und 4 1 Gold also der eine Gegner ist schon gestorben Ui so ich hab jetzt einen Nordwegsteak mehr die anderen sind schon in der Mitte ich kann nicht nur drei Bronzer haben echt jetzt schon ja dann haben sie uns ja okay dann haben sie ja schon gewonnen ich sag's mal so nein ich hab zwei Bronzer ich brauch zwei Bronzer ich brauch zwei Bronzer ich hab zwei Bronzer nein ich hab nur eine Bronzer ich brauch noch eine Bronzer ich hab mir einen Knockback Stick leisten du kannst dir keinen Knockback Stick leisten also ich geh um Leicht equipped ich sitze ich in der Mitte okay ich hab alles was ich für einen Anfangskampf brauche also ich hab leichtes Equip für einen Kampf Kloppt ihr euch schon? was? kloppt ihr euch schon? nein blau bau weiter ich kann nicht Scheiß sagen kann niemand übernehmen kann niemand übernehmen danke danke Spyder Sparmer 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 nein 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 Fein muss sterben Fein 200 ich bin am Kämpfen ich will nicht ich rücke vor ich muss die alle abschlachten Stürb 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 Stür die Bordel und er hat ein schwerer ganz schwer diese Pflicht zurück doch sie werden ohne Blöcke ich sag nur sie dass ich hab keine Blöcke auch so du brauchst Blöcke weil alle mir die Branche gestohlen haben jetzt habe ich jetzt mich wieder und hier und zu mir Blöcke ich lauf jetzt in die Mitte ich hab wieder leichts Bequip Gert die Mitte und so um nein die Götter ja der Zettel habe ich ganz kaputt gemacht ich weiß ich komme ich bin da das Schwestern nach Wäckchen drauf es gibt nicht nur die Röntgen für euch vor meinem Stor das war die mit dem Gold eben die Feindjahr der Handwerks ich erledige ich will ein Wälder das Bett ich gibt uns der ich gebe dir der Komponente das Bett ganz schnell die haben schon eine Teamchef glaube ich ja auch mal schreibt es wird sich auch mehr zu bekommen ein anderer ich mache es nur nicht nur nicht nur nicht nennen gut in den Schaumhof Bambi und Und das Metal auch noch sehr gut. In 3 Minuten 23, Alter. So, wie viele Kills habe ich denn jetzt? Oh, das... Eins, zwei, drei. Theoretisch, ich habe gehört, man kann auf Allercraft eine Opferfarm bauen. Man kann seine Gegner so einsperren, dass sie immer weiter nachtspawn. Das geht bei Bad Wars nicht so gut wie bei Allercraft. Da kann man richtig gut Kills sammeln. Nicht wie bei Allercraft. Du meinst bei Gomme. Äh, da geht es bei Gomme nicht so gut wie bei Allercraft. Ja, das ist eigentlich echt relativ lustig. Weil dann kann man Kills farmen, dann geht einem einfach die Killbilanz massig hoch. Aber dann darf man eben, dürfen es eben nur noch zwei Teams sein. Oh, man kann den Helm nicht ausziehen. Cool. Da bleibt wie immer dein Kopf gefesselt. Oh, stimmt. Bis dein Gehirn ausgespült. Es sind nur sieben von acht Spielern wieder. Das heißt, wir sind zu dritt gegen vier Gegner. Okay, egal. Wir schaffen das. Wir sind wir. Wir sind unbesiegbar. Ich finde das irgendwie viel geiler auf Allercraft als auf Gomme zu zocken. Vor allem wir haben auch noch... Ach, jetzt ist der Marv auch noch bei uns offensichtlich, ne? Äh, ich hab das erste Eisen. Ist das eine andere Map? Ne, ist keine andere Map. Ja, klar. Wir sind ja die ganze Zeit auf der Map. Asiatisch. Asiatisch hieß die, glaube ich. Asia. Das ist die Asia-Map. Die Asia-Map. Asiatisch. Recht auf den Special Attack Chinesen-Abgriff. Lass mich doch am Browser arbeiten. Oh, stimmt, ich hab ja zwei Eisen. Ja, hol ich mir ein gutes Schwert. Ne, hol dir einfach ein Schwert und eine Rüstung. Rüstung. Ih, Rüstung. Ist ja ekelhaft. Da bin ich ja... Da bin ich angezogen. Ja, nicht mehr nach... Achtung, beeil dich, Gummibär, da. Die Gegner kommen relativ schnell. Oh. Der spricht hoch, baut herum, blocken, und fällt dann einfach runter. Ja, der Block hat mich abgestoßen. Ich baue mich zur Mitte, ich baue mich zur Mitte, ich baue mich zur Mitte. Okay, mach schnell. Ich hab keinen Block, äh, dieser Marv 08 HD. Die sind schon in der Mitte, die sind schon in der Mitte. Ich weiß, aber die sind direkt wieder zurück, nachdem sie in der Mitte waren. Ja, ja, aber die haben da alles zugebaut. Nein, ich hab aus Versehen. Soll ich sie auseinandernehmen mit meinem Notbacksteak des Todes? Ich hab auch einen Notbacksteak des Todes. Die heißt aber Schlagstock. Fürchtet euch vor meinem Stock. Vor meinem Stock. Fürchtet euch vor den Schlingen. Ja, ich hab ihn. Gebraucht. Mein Notbacksteak des Todes hat ihn. Ich frage mich, ob die einen Bogen haben. Wenn die einen Bogen haben, sie wird tot. Nein, die sind noch nicht in der Mitte. Die waren nur in der Mitte, haben sich dahin gebaut und sind sofort wieder abgehauen. Also, sie brauchen erstmal Gold. Du wurdest auch gekillt. Oh ne, die kommen jetzt hierher. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, lass mich, lass vorrücken. Ja, ja. Fein ist meine. Fein ist meine. Ja. Ja, 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 dragon, 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 dragon. Äh, ein Herz und zwei Herzen. Deshalb man hat immer 20 Herzen. Achso. Ne, 20 Leben. Ich hab's Bett, ich hab's Bett. Die haben, oh mein Gott. Gut, gut. Was? Du hast schon, du hast schon, du hast schon das Bett. Ja, ich bin einfach durchgerusht. Die haben einen Bogen. Ich hab den Bogen, ich hab den Bogen, ich hab den Bogen-Typen getötet. Stirb, sterb, 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 sterb alle. Nein, 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 ich bin tot. Scheiße. Stirb viele. Ich bin tot. Ihr habt mich aber trotzdem noch getötet. Na, mach doch die Runde noch schneller. Ich hab ungewöhnlich. Wir sind ein bisschen übelst gut im Durchrushen, ne? Ich war gerade noch so am Stein und Stückchen sammeln, während ihr schon alles umgebracht habt. Ja, ich bin einfach durch und hab gesehen, Blocks braucht Verstärkung und dann hau auf den ersten drauf. Die nächste Person fliegt runter, ne? Und dann denke ich mir eben, ja gut, rush ich jetzt durch, die Gegner sind alle unbewaffnet, ne? Einer hatte noch Rüstung, aber keine Waffen. Und dann hat sich aber einer irgendwie trotzdem noch... Das ist sowieso das Schlau, dass ich erstmal die beste Rüstung holen und dann noch nicht mal ein Schwer. Ja, also ich fand's irgendwie lustig gerade. Wir machen so übelst schnell, ne? Irgendwie zwei Minuten, drei Minuten, immer nur so game. Kommt, wo die 84 Teams sind. Wo die vier Teams sind. Spieler fein, 200. Man, ich will es total, dass hier nicht mal ein Jump'n'Run gibt. Jump'n'Run gibt es hier, glaube ich, auch auf dem Fun-Server, oder? Ja, aber ich meine in der Lobby. Achso, ja, das ist langweilig. Das ist wirklich langweilig. Boah, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, ich liebe es irgendwie, das wird echt fun, so durchzurushen. Das gegnerische Team hat nur zwei, wollen wir denen vielleicht etwas länger, mehr Aufbauzeit lassen und denen ein bisschen die Mitte für kurze Zeit lassen? Was ist der Rekord von 0,1? Ja, das ist einer in einer Minute zu sieben geschafft. Ja, das schaffen wir auch, wir sind besser, wir sind besser als die. Kriegen wir auch noch hin. Das ist, was ich auch nicht, ich habe nur ein Eisen eingesammelt. Ja, da ist eins zur Seite runtergefallen. Ich brauche noch eins Eisen. Noch ein Eisen, ich habe ein Eisen, komm her, ich gebe es dir. Ja, ja, komm her, oder ich komme zu dir, hier. Boah, hoffentlich schaffe ich das. Komm, komm, komm. Ich sehe schon meine Tasten nicht mehr. So, ich probiere jetzt darüber zu springen, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Oh, was habe ich noch Blöcke? Ja, ich hänge jetzt hier in den Lian, also bin ich, ich habe es mich mal umge... Oh, geil, guck mal, wo ich bin. Ja, ich sehe dich. Nein, ich bin nicht gefallen. Ich will mich festhalten, oh, das ist schade. So, ich habe, ich habe die Insel gesichert, die... Gesichert, ist klar. Ich habe die überhaupt nicht gesichert. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich brauche nicht so... Was war das denn gerade für ein Leck? Ich komme, Verstärkung ist on the way. Ich brauche, ich brauche schwer los, schütze die Insel. Ich habe sechs Gold. Gold hieß das. Das glänzende Ding heißt Gold. Genau, das glänzende Ding, da heißt Gold. Ja, ich komme nochmal in den Bogen. Ja, das reicht mir im Bogen. Boom. Ich... Aber du brauchst noch zwei, ne? Es gibt auch noch... Die zwei Gold gibt es ja... Nein, ich bin... Ich bin tot. Ich bin so gut wie tot. Ich brauche Hilfe, Verstärkung. Drinkkeeper greift mich an. Ich schlage drauf und bin tot. Scheiße, ich habe gedacht, ich schaffe es vielleicht. Ich habe ihn runtergehauen. Danke, nice, du bist der Retter. Ich komme mit dem Bogen. Ich komme mit zwei Gold. Ich habe auch zwei Gold. Soll ich sie dir geben? Ja, gerne. Ja, nimm. Dankeschön. Gein neues Problem, oh amigo. Dann gehe ich mal wieder. Da sammelt jemand Bronze. Oh, der Dragon Strayer. Nee, Dragon Keeper. Ich brauche Eisen. Ich bin wieder alleine, ja, ne? Ja, und die sind nur zu zweit. Echt? Die haben jetzt schon Angst vor uns. Vor allem, wir sind eigentlich direkt mit ihnen verbunden. Das ist lustig. Ich dachte, die... Äh, hat jemand ganz zufällig zwei Eisen für mich? Ne, ich habe keinen, ne? Ich habe ein Eisen. Ich habe noch nicht mal ein Schwert. Ich glaube, da liegt ohnehin jetzt Eisen, ja. Da liegen zwei Eisen. Nein, eins der beiden Eisen ist runtergefallen. Ich habe einen Bogen, aber keinen, einen Schwert. Ich hole mir jetzt erst mal ein Schwert, aber... Oh, und nur noch zweieinhalb Herzig, erst mal was. Also wenigstens zum Fall... Ihhh, komm schon. Der Rutt. Der Rutt. Da wurde einer eingekerkert, lol. Ich glaube, da kann... Was? Eine Stunde eingekerkert? Was sind das denn für Maßnahmen? Ja, wenn irgendjemand beleidigt oder sowas nicht, ich habe immer aus Versehen beleidigt, dann wurde ich gekickt und man kann dafür gewannt oder ihn eingekerkert werden. Und Michael kerkert, das ist nicht so schlimm wie Wannen. So. Komm schon, schau schon mal noch. Oh, da unten liegt massig Gold, Alter. Yo, sechs Gold auf insgesamt. Das ist schwer zu zielen, der luftigen Höhe und was, mit dem ich gleich sterben muss, weil ich keine Spitzhack habe, um mich hochwohlen zu bauen. Ich komm mal her. Mann, ich bau ihre Mauer auch immer weiter. Wisst ihr, ich bau mich zur Seite, das wäre so richtig geil. An die Bogen? Scheiße. An die Bogen? Ich weiß es nicht. Jetzt habe einen Bogen, aber jetzt bin ich tot. Ich habe keinen Bogen. Ist egal, ich bau mich zu denen hin. Ja, bau dich einen Block und einen Knockback-Stick, um wenigstens irgendwas ausrichten zu können und nicht völlig so, was da umstehen zu müssen. Oh nein. Ich habe einen Pfeil der Macht bekommen. Ja, er hat meinen Bogen nicht gesehen und jetzt kommt er an und will mir was. Pff. So, dann habe ich jetzt schon dreimal getroffen. Wie oft muss man die denn treffen? Ich weiß es nicht. Ihr mal. Ich habe auch nur einen Bogen, Level 1. Der ist dann nur Infinity. So, ich bau mich mal zu denen rüber. Die haben ziemlich Schiss von mir. Sekunde, ich gebe dir das Gold wieder. Da. Oh, danke. Ja, danke, danke, danke. So, den schieß ich schon mal in seiner Base ab. Das ist gut. Wenn sie sich hochbauen, baue ich zur Seite. Ja, ich komme. Ich komme. Ich will mich dann noch einen Bogen. Ich will nämlich auch ein bisschen Spaß haben. Ich habe jetzt auch Spaß hier. Ach Mann, du Spaß haben. So, der eine ist unten. Ich gehe jetzt drauf. Nein, ich will töten. Ich will töten. Ich will töten. Nein, der Spaß geht ohne mich los. Klar geht der Spaß hier ohne mich los. Ich habe jetzt hier allein einmal... Ich halte sie weg. Ich halte sie weg. Ich halte sie vom Bett weg. Nein, ich bin noch versagt. Nein, wie kann das? So, den einen habe ich. Und den zweiten habe ich auch getötet. Boah, ich bin gerade erst gekommen. Und jetzt... Guck mal hier. Ich hänge hier in den Lianen fest. Nein, ich bin runter. Ich stirb an meinen Pfeilen, die ich nicht um kann. Ich bin runtergefallen. Oh Mann, ich will auch... Jetzt haben wir alles gewonnen, oder? Ja, bis jetzt habt ihr tatsächlich alles gewonnen. 4 Spiele, 4 gewonnen, 3 Betten. Ich habe 11 Kills. KD 3,0 Tode 4 Kills. Kills habe ich 13, Tode 2, Kills zu Tode habe ich 6,5. Ja, werden da alle Kills gewonnen. Kills, 3 Tode, 11 Kills und 3 Tode. Ich soll mir mal kurz wieder zurück in die Lobby gehen. Ja, 12 Kills und 4 Tode. Hm. Geht ihr... Kommt jetzt... Oh, scheiße, ich bin zu weit in die Lobby. Egal. Was ist das? Ich bin verlassen. Ja, ich bin... 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 Wir nehmen erst 27 Minuten auf. Wir sind special. Nicht zu vergessen. Oh, wolltest du die ganze Zeit durch Bad Wars spielen oder auch mal was anderes? Ich würde vorschlagen, wir spielen auch mal was anderes, aber wir brauchen dafür erstmal... Weil wir sind ja nur zu dritt. Ich bin derzeit in einem Bad Wars-Server, ne? Und auf Bad Wars ist derzeit insgesamt... Okay, ich habe keinemal verstanden. Ich habe... Ich habe immer noch nichts. Immer noch nichts. Auf Bad Wars sind, glaube ich, vier Leute online, ne? Vier Leute online, was? Ja. Da... Sekunde, lass mal gerade auf... Hier, kommt mal. Ach, da ist auch wieder Feind 200. Da sind gerade welche in einem Game drin. Ich vermute mal, die... Oh, das braucht noch ein bisschen. Hier, das heißt... Ist Luftkampf. Und, äh... Luftkampf? Sollen wir in den Bad Wars reingehen? Ja, geh mal in den Bad Wars rein. Guck mal hier. Da spielen gerade vier Leute Luftkampf. Verstehst du? Ja, hier, bei uns. Hier, beim Portal, natürlich. So, wo bin ich jetzt hin? Du bist bei Bad Wars, ne? Ja. Ja, ich bin hier bei euch. Ich auch. Ach, jetzt sehe ich dich auch. Nicht mal. Gut, tack. Ja, also. Wir sind zu dritt. Das reicht nicht aus, um eine Partie Bad Wars, glaube ich, zu starten. Aber hier ist gerade noch einer am Laufen. Vier Personen. Wir können ja mal ausprobieren, ob es tatsächlich... Ob es vielleicht doch klappt mit dem... Also noch links? Ja, und jetzt hier Gyrocopter? Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist der Bomby. In wer? In der... Vielleicht spielt er eine Runde mit uns. Willst du noch eine Runde? Willst du verlieren? Genau. Das wäre echt gemein, wenn wir sowas schreiben würden. Bereits zu verlieren? Ich bin wirklich nicht gut mit Bad Wars. Eigentlich. Wieso kommt das? 11 Kills? Sekunde. Wie viele Kills hast du? Das ist... Ja, hier steht ein zerstörtes Bett. Das ist halt eben Standard 3 zerstört. Ich weiß, ich glaube, das ist die letzte Statistik vom letzten Game. Vielleicht reparieren Sie sich ja wieder. Ja, das ist die Statistik vom letzten Game. Und ich habe nur gewonnen, ein Spiel gespielt. Ich habe nur noch vier gespielt. Ja, da sind irgendwie gerade nur die Statistik vom letzten Game angezeigt. Ey. Scheinlich. So, was machen wir jetzt? Gyrocopter. Gyrocopter. Ich bin gerade alleine da auf dem Server. Welches Team? Nee, da, da, da. Okay, erstens. Ich bin auch dran. Blau. Rot. Rot. Geht wir, wer von euch also... Okay, jetzt sind wir alle vier in blau. Das geht nicht. Ich gehe in rot. Ich gehe in rot. Ich gehe auch in rot. Ich gehe auch in rot. Ich gehe auch in rot. Okay. Okay, dann gehe ich hier zu blau. So, jetzt sind wir im zweiten Zweierteams. Ja, ich bin beim Bambidi. Wir werden uns abzocken. Abzocken. Du weißt schon, dass wir beide hier die Raider sind, ne? Ich weiß. Wir haben uns mal das Wett geholt, direkt als erstes. Ich weiß. Ey, glaubst du, wir schaffen es in einer Minute? Ich glaube, wir müssen sich ja auch aufgeben und kapitulieren. Glaubst du, wir schaffen einen neuen Rekord? Ich weiß, man wird euch Team. Von wegen, man darf nicht Team. Dafür wird man gebannt. Und der fühlt sich einfach richtig verarscht. Wann wird er eigentlich hochladen? Was? Ich bitte hochladen. Ich bitte? Ja? Wann willst du hochladen? Äh, morgen. Morgen ist der 24. Dezember und das hier ist ja. Das Weihnachts-Special fast, siehst du? Ich verstehe ja nichts, aber egal. Das ist das Weihnachts-Special und das wird am 24. Dezember hochgeladen. Blocks for anyone? Ja, immer noch. Wow. Das ist ja mal eine Lust. Oh, bitte. Hey, das ist schon alles zugebaut. Wir sind jetzt mit. Was ist das denn? Ich bin fast runtergefallen. Wenn die Runden, hä, werden die Maps nicht zurückgesetzt, oder was? Eigentlich müssten sie schon zurückgesetzt werden. Ja, anscheinend ist nicht jetzt ziemlich aus nach... Hä? Das ist wie aus der letzten Runde. Ja, aber bei den Gegnern ist es ja irgendwie nicht so. Hä? Warum ist es immer bei uns so? Ich weiß es nicht. Was soll das überhaupt nicht sehen? Die Map-Girokopter sieht gut aus. Wo ist Eisen? Bambini ist gestorben, so früh. Ah, der ist ja schon mal gut. Das ist ja schon mal schön. Also, ich mag meinen Teamkameraden sehr. Sehr zufallsig und so. Ja, ja, er springt einfach runter, so. Und weg. Einfach weg. Ich guck mal gerade hier in Richtung. Weg. Hochbauen. Oh, hier ist es. Wahrscheinlich. Ich hab direkt mal in einer... In einem Satz, 7-1 bekommen. Lass mal hochbauen. Das ist ja ziemlich geil. Ja, wir sind schon direkt in der Mitte quasi. Ja, wir sind in der Mitte. Alter, was ist das denn? Okay, das ist schon ein bisschen komisch hier. Warum hat er schon einen Bogen? Was soll das? Du hast einen Bogen? Was soll das denn? Weiß ich nicht. Bin ich das fair? Das ist doch auch schon in der Mitte, deshalb... Hier, Polnusowir, die Pussi... Was soll ich denn machen? Sterben. Ganz einfach. Sterben. Einfach nur sterben. Ja, hier ist doch ganz einfach. So, ich hab jetzt 32 Gold. Ist das denn ernst? Ich sehe, man, das hast du nicht. Aber ich werde verfolgt. Ich finde das nicht nett. Kannst du mir ein Gold geben? Kannst du mir ein Gold geben? Ein einziges, bitte? Nee, kann ich nicht. Nein, ich kriege den Bogen und ich bin tot. Danke, ich heiße euch. So, Bogen, Pfeil, zack. Und jetzt trau dich nochmal hin. Kannst du mir auch noch grad ein bisschen Gold geben? Ich brauch auch noch was für den Bogen. Ich hab keins mehr. Ich dachte, du hättest ganz viel Gold gehabt. Ja, vier Stück. Ich dachte, du hättest 32 oder sowas. Hä, nein, als ob. Woher? Ich weiß, ich sag viel, wenn der Tag lang ist. Ich bin grad so scheiße. Weil ich nicht umbringen konnte. Weil wenn du einen Block abbaust, kannst du nicht mehr mit den anderen Blöcken stecken. Das lässt bei dir Depressionen aus. Zack, zack. Drei, vier, noch ein paar Blöcke. So, davon brauch ich noch was. Bronze. Und dann geh ich mal kurz zum Villager. Jetzt hab ich mir ein bisschen was gekauft. Jetzt geh ich mal wieder. Wow, die sind ja schon... Und da, hi. Ich kann nicht schießen, was da los? So, Herr Bambi, der wird jetzt mal abgeschossen. Na, komm mir her. Komm noch her, komm. Komm, 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 komm. Was, da war's? Scheiße. Was passiert? So, ich wollte wie nicht. Warum? Was ist ein Problem mit mir? Ja. So, ich komm jetzt und hol euch. Sei schlechter. Sei schlechter, genau. Das ist hier nicht so gut. Du hast ja einen Noob bei dir, deshalb. Das will ich jetzt nicht gehört haben. Herr oder? Komm noch her. Herr. Also, Mompili, wir werden alle sterben, okay? Alles klar. Alles klar. Bist du das oder ist das der Bambi? Das. Welcome to the server, what? Da sind vermutlich einfach welche irgendwie auf dem Server gejoint. Also nicht auf unserem Server gejoint. Down. Alle down. Ja, ich hab sie beide getötet. Komm, wir müssen drauf. Hast du noch Gold? Hast du noch Gold? Sekunde. Nein, wir müssen drauf. Ich hab sie beide schon getötet. Wir hätten quasi schon gewonnen, wenn du dich ein bisschen gehalten. Ja, ja. Ich bin... ... in die Luftgegenhöhe. Einfach, einfach, einfach nach oben. Ich hab keinen Bock mehr. Nein! Vielleicht du mich so tief musst du lassen. Na, auf dich hochzubauen, ich schieße dich eh wieder runter. Ist egal. Ich hab keinen Hobby. Nein! Ich bin da unten. Ihr könnt ruhig mein Bett haben, aber ich will wenigstens mich hochbauen. Ich bin unten. Ich bin runtergefallen. Nein, nein, ich bin dauernd. Wieso ist eigentlich hier oben diese dämliche Vorrichtung, dass man so oben... Oh, die ist richtig spitze. Die ist richtig, richtig spitze, die Vorrichtung. Bäm. Ich brauch nur noch ein bisschen Eisen und dann kann ich die aus... Ich bin one-hit hier für den. Sterb. Ich kann keine Blöcke mehr abbauen. Wieso? In der hatte ich getötet. Ich kann keine Blöcke mehr abbauen. Was war das denn für ein Bug? Leck. Ja, jetzt sind wir wieder dauernd. Klar, du kannst jetzt wieder runterkommen. Er hat mich getötet, weil ich... Leider nix abbauen konnte. Warum auch immer. Das ist unfair. Ja, ich find das auch unfair, definitiv. Ich bin auch sehr traurig über diese sechs Gold, die ich jetzt wieder hab. Und geht wieder zurück. Ich hab gar kein Gold. Okay, ich glaub in meinem scheiß Gefängnis. Bin ich aber... Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Ohne Gold krieg ich dir gar nichts, wirklich. Äh, Spitz, würdest du mir vielleicht gerne etwas Eisen besorgen? Oder... Nee, ich bin oben. Äh, ich, ähm... Beschenk hier... Ich mach hier Bronzewegen. Hier ist... Ja, hier ist alles zugebaut. Nicht schnell Bett wegmachen. Warum das denn? Nicht schnell Bett wegmachen. Hä? Ich kann wieder nix abbauen. Ist alle Blöcke, die ich abbauen, kommen wieder neu. Vielleicht, weil du einfach nicht das richtige Tool dafür hast? Was? Was ist das denn? Ich kann nicht was aufbauen. Ach so, nein, das sind die Blöcke, die schon waren. War euer Bett zugebaut? Von Anfang an ja, ne? Ja, und das können wir nicht abbauen, weil das, was bei uns schon war, am Anfang der Runde, können wir auch nicht abbauen. Das heißt, wir kommen nicht an euer Bett dran. Das ist wirklich... Aha. Okay. Ja, gut. Ne, lass deinen Bogen in Ruhe. Ich hab keinen Bock mehr. Ich geh hier raus. Ich war gerade am sterben, also. Das ist nicht wichtig, dass ich... Ja, und was sollen wir jetzt machen? Wenn wir euer Bett nicht kriegen können? Dann fahren wir einfach ein Paket. Sterben. Typisch sterben. Einfach sterben. Das steht da vor ihm. Du bist so sadistisch, wirklich. Ich hasse das. Hä, ich kann das. Guck mal jetzt bitte. Ich kann hier nichts abbauen. Egal, ist sadistisch. Du wirst nicht locken, dass das sadistisch ist. Deshalb ist das sehr... Und jetzt sag mir, wie ich an dieses Bett dran kommen soll, wenn man hier nichts abbauen kann. Weiß ich selber nicht. Ich kann das selber machen. Wie ich mich irgendwie auffällt. Bitte blockst du dich von oben. Was machst du denn? Da musst du dir helfen. Ja, bitte. Bitte halt den kurz mal von mir ab. Weil der will mich die ganze Zeit hier rot verschossen, der Kollege. Bitte. Bitte. Bitte halt die Typ mal von mir ab. Ey, ich kann ihn nicht. Ich kann ihn nicht angreifen. Er hat das Hornschutz. So, jetzt aber. Versuchst du von oben, Leute. Ich komm hier nicht raus. Ich bin hier oben. Alter, versuchst du von oben. Ich häng hier fest. Was ist, wenn um mein Loch ist? Ist doch logisch. Man versucht es von allen Seiten. Die haben es von oben noch nicht versucht. Der Typ, der hat mich richtig lowlife gemacht. Hat das, ist dann noch. Von oben gibt es keinen Eingang. Was? Ich kapiere das gerade überhaupt nicht. Ja, diese Blöcke, die Welt wird irgendwie nicht zurückgesetzt. Ja, das ist auf jeden Fall stark. Moment, ich, Mann, lasst mich euch helfen. Nein, du sollst sterben. So, dein Freund. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich habe Hilfe. Läuer. Teil mal von der Abbrüche. So, der verreckt jetzt immer weiter. Tschüss. Ich bin tot. Ja, okay. Dafür muss er Zinkfungleger bezahlen. Warum mein Zinkfungleger? Warum ich? Ja, weil ich ihn... Nein, ich töte mich nicht. Wenn ich für einmal schlecht bin, ich... So. Das war's ja noch nicht mal. Das war's ja noch nicht mal. Das ist einfach nur unfair. Weißt du, wenn ich mir Tschüss sage, dann tötet man keine Leute. Man tötet keine Leute, die Tschüss sagen. Nein, aber das wird halt aufgenommen, deshalb. Und der hat sich Tschüss gesagt, mitten in der Runde. Nein, ich habe nicht Tschüss gesagt, mitten in der Runde. Ich habe Tschüss gesagt. Ich habe keinen Bock mehr auf die Folge. Ich finde die Folge auch ziemlich blöd, weil irgendwie können wir... Die Wingen nicht zurücksetzen, ne? Ja, eben. Ey, hör doch auf! Und ich krieg dich trotzdem. Guck. Das war's nicht so. Was? Ihr habt euch da unten... Ich habe einen Knockback-Stick, deshalb... Ist das euer Ernst? Ihr habt euch einfach da unten gegenseitig runtergehauen. Das ist auch langweilig. Ist gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr. Wir haben uns unten nochmal gewettelt. Und was sollen wir jetzt tun? Weil unser Bett ist jetzt ziemlich offen. Also ihr könntet das jetzt abbauen und diese Runde beenden, ne? Ich habe irgendwie nicht verstanden, warum... Ich habe den Kollegen da runtergehauen. Und dann war ich da oben und habe den doppelten Falschaden bekommen. Ich finde das wirklich seltsam gerade. Das ist auch extremst seltsam. Ja, und die können wir... Wie sollen wir jetzt... Sollen wir jetzt hier ewig rumspielen, oder was? Nee, wir lassen die anderen einfach hier winnen. Okay? Wollen wir eine Tee-Party machen? Eine schöne Tee-Party? Ja, sollen wir zu euch kommen? Und Party machen? Nee, wir kommen zu euch. Wir machen so eine richtig schöne Bett-Party. Ich lade so hier zwei Mädels ein, die ich kenne. Richtig gut, äh, richtig viel Talent und total, äh, ja, und was sehe ich und... Ey, raus hier aus unserem Loch. Ey, lass mich mal kurz mal was zu Ende bauen. Was machen wir hier? Hör mal bitte auf. Ich habe richtig viel Gold, bitte. Bitte auf. Sonst muss ich dich leider töten. Du tötest mich doch sowieso. Eben. Selbst mit Gold, deshalb ist richtig egal. Das war jetzt, mir reicht's. Das war jetzt hier nicht mehr auszuhalten. Das muss jetzt beenden. Wir können ja noch, äh, wir haben noch einen letzten Versuch vielleicht. Könnten wir versuchen. Lass mal mit Tinti versuchen, obwohl, ne. Ja doch, klar, das ist eine gute Idee. Sehr cool. Ja, das geht aber nicht. Du kannst ja auch keine, ähm, anderen Sachen. Obwohl, vielleicht bei Eldercraft geht das, aber das wäre echt OP dann. So. Ja klar, es muss aber auch gehen. Nein, was machst du? Alter, ich war... Mann, dafür musst du verrecken. Was ist so? Mann, was? Das ist echt statistisch, oder? Wieso hast du mich da runtergeschmissen? Ein bisschen statistisch, statistisch veranlagt. Nein. Ich hatte richtig... Ich hatte einen Sprungtrank, Level 2 und, äh... So, ich halte jetzt von unserer Base-Fern. Mein Problem ist mir doch egal. Ich habe sowieso nichts. Bitte nichts! Ich habe nämlich einen Bogen. Ich habe zugebaut, Loks, das bringt dir also nicht viel... Nein, 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 nein. Hilf mir, stell sein. Hä, ich hab mein Schwert nicht mehr. Vielleicht ist es kaputt gegangen. Warte, ich schürte ihm einen Bogen. Ich hab ihn. Mein Schwert ist weggepackt. Warum auch immer. Das ist die geilste Runde, die ich je gespielt habe, muss ich sagen. Wir können einfach nicht gewinnen. Das ist richtig fies. Ja, aber die können es ja auch nicht, weil die einfach nur zu schlecht sind. Ja, eben bis dann. Naja gut, sie haben aber immerhin eine Chance. Ich kann es so und so sehen. Nee, da kommt jetzt wieder. Und dann kriegt der erst mal direkt von mir. Ah, jetzt kommt ein Schwert, kommt da an. Ich hab das Schwert gefunden. Cool. Und ich schieße trotzdem mal. Willst du es haben? Achso. Nein, ich will nicht. Split, was machst du da oben? Hast du einen Bogen? Ich hab grad hier eine Leiter hingebaut, damit wir immer sicher runterkommen können. Nein, ich hab keinen. Ja, dann lass mich mal da hoch, weil ich hab einen Bogen. Ich kann davon da schießen. Ja, dann mach das doch. Wehe, er schießt mich ab. Wehe, er schießt mich ab. Er schießt mich nicht ab. Sehr gut. Dankeschön. Bist du das oder ist das dein Team, Freund, Partner? Keine Ahnung. Der Typ, der da gerade stand, vorne, das war der Bambili. Das war sein Kollege. Er hat einen Bogen und ist aus einem Team. Das sei der, ich weiß ja nicht, wer. Ja, der andere. Ihr seid ja nur so zweit. Wo, 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 wo? In der Mitte ist er. So, nee, der schießt aus mich. Das bin nicht ich, das bin nicht ich. Unnetterweise. Das bin nicht ich. Das bin ich besser. Och Mann, wieso fall ich da auch runter? Nee. So, stell dich schön an die Kante. Du hast mich kein einziges Volk. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Er baut unser Bett an. Wer? Der Typ. Nein, dazu wird er gar nicht erst kommen. Ich hau auf ihn drauf. Los, schnell, schnell, schnell. Ja, komm, schlag ihn zusammen. Er hat mich getötet. Dich auch? Ja. Schnell runter, runter, runter und zum Bett. Hey, der ist gar nicht. Der ist weg. Der ist weg. Der ist da. Ich erledige ihn. Ich erledige ihn. Bim, bim. Was ist denn bei dir erledigen? So, ich hab ihn. Danke. Ich bin zur Seite runtergesprungen und wollte ihn dann runterhauen. Das nennt sich bei mir erledigen. Ach so. So, jetzt haben wir natürlich wieder keine Sachen. Ja klar, das heißt Blocks und Bambili haben eine gute Chance. Ja, die haben keine Chance. Weiter geht's. Wir machen die fertig. Da ist er wieder. Der Bambili? Ne, der andere. Der komische Vogel. Und der hat einen Bogen, hat der. Dieser komische. Komische. Unfreundliche. Ich will auch nur leben. Lass mich mal durch. Ich muss schnell hier hinten hin und trösten. Leber das ein, äh, ein menschliches Recht. Mist, ich kann schaden. Ich werde schaden. Ich werde schaden. Ich kann dir gar keinen Schaden machen. Spit, äh, Blocks hat mich gekillt. Ich weiß. Ich war dabei. Der steht da und schießt mir den Bogen. Die ganze Zeit schon. Ich hab mich gewundert, äh, wieso, hey, du, wie kannst mir Schaden machen, bitte. Tag. Daneben. Ach ja. Das war witzig. Zeig, zeig, zeig. So ein bisschen Sachen. Willst du nicht mal kommen und dich mal wirklich für uns anlegen? Nö, ich warte auf meinen, ich warte auf meinen Partner. Ernsthaft? Der braucht mir da noch was. Hilfe, ich krieg nicht. Ja, alleine würde ich sterben, deshalb. Ich seh's. So, das da brauch ich, das da brauch ich. Ja! Ich hatte sowieso nur einen Bogen, deshalb ist mir eigentlich scheißegal. Aber mich hat er ziemlich aufgeregt mit dem Bogen, deshalb bin ich ziemlich froh. Ach so. Hier, guck mal, ich hab uns ein... Ey, wollen wir ein Kaffeekränzchen machen? Ich hab extra Kuchen gebacken. Ja, 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 ja. Will ich, will ich, will ich. Darf ich, darf ich, darf ich, bitte, 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 bitte. Ich will mit's kommen, ich will mit's kommen. Ich hab keinen Bock mehr auf meinen Teamkameraden. Der hilft mir nicht. Der Jüngerraben hat, glaub ich, gerade Gold geschnickt. So, den hab ich jetzt erstmal getötet. Hat der auch, glaub ich, nicht. Der war ja nicht in der Mitte. Ja, doch. Der ist die ganze Zeit in der Mitte. Der war in der Mitte. Hab ich nicht gesehen. Guck, hier ist Kuchen, hier ist Kuchen. Ey, jetzt hör... Achso, oh tut mir leid. Du hattest... Ich sag, wir sollten... Achso. Das war nicht nett. Ich hab den Kuchen hingeschleckt. Ich sag, das war ein Witz. Der tötet mich einfach. Sei nicht so gfies. Das war ein Versehen. Das war ein Versehen. Geh doch einfach sterben. Geh doch, stürz dich in den Akku und geh sterben. Lass mich nur vor. Das ist unfair. Nein, ich bin unter. Das ist unfair. Das ist unfair. Zwei gegen einen ist einfach nur unfair. Ja, komm, dann hol dir deinen Teamkollegen. Verlasse. Nein, 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 nein. Er hat alles zusammengebaut, aber das ist doch fies. Da hab ich ja gar keine Chance mehr ohne Spitzhacke. Du musst dich einbauen. Nein. Das ist echt fies, wisst ihr das? Du musst jetzt mal wieder besser werden. Also mir gefällt das überhaupt nicht, was ihr da macht. Einfach so alles hier. Mir gefällt das leckerte Kuchen. Lecker, lecker, lecker. So, schön. Du frisst den Kuchen, den ich eben da hingesetzt hab. Bitte lass mir auch noch ein Stück übrig. Sonst wird es erst mal beim Backen mehr anstrengend. Okay, loser. Okay, das brauch ich, das brauch ich, dann brauch ich hiervon noch ganz viel. So, ich brauch nicht viel. Aber da kommt jemand. Ich brauch ganz, ganz schnell was. Nein, ich werd angegriffen. Oh, man, die... Der ist das schon wieder. Ja, was soll ich denn machen? Hä? Was soll ich denn machen? Das war lustig. Das war richtig lustig. Aber ich hab übelst Angst gehabt, dass du mir was tust. Vor was? Vor einem Typ mit einem Stock. Hast du Angst? Ja, guck mal, du hast den. Der hat noch nicht mal eine Fliege umbringen. Okay, eine Fliege kann ich umbringen. Ich liebe es. Ich ja, ich weiß nicht. Sag es den Fliegenleichen, die in meinem PC liegen. Ich werd mir da nicht so lieb. Haben sie alle getroffen. Ich bin, äh, am Fliegen. Ich bring mich kurz um. Komm doch her und geh gleich wieder nach Hause. Ich hab keinen Bock. Das war, das war ziemlich einfach. Ich hab dich grad selbst drun... Hä, Sekunde mal, ne? Ups. Blocks, du hast mich nicht einmal berührt, ne? Du hast mir keinen Schaden gemacht. Trotzdem hast du den Kill bekommen. Hä? Warum hab ich... Blocks. Warum? Hä? Was? Wie hab ich... Was? Wie kann das sein? Du hast... Irgendwie, glaub ich, weil du mich... Bevor ich gestorben bin, äh, äh, das letzte Mal getötet hast. Und jetzt hört mir jeder Kill, oder was? Nein. Du hast mir mein Gold geklaut. Nein, das ist... Das ist meins, das ist meins, das ist meins, das ist meins. Also willst du mich um... Irgendwann, du bringst mich um und das Gold verschwindet. Okay, das Gold verschwindet. Soll ich mal da Streit schlichten? Soll ich mal rüberkommen? Komm mal zu mir und hey, unterstütz mich ein bisschen. Ja, Maris, ich bin ja so. Ich hab mich wieder mit einer Healing Potion geheilt. So, jetzt muss ich den Streit schlichten. Äh, je, 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 je. Ja, oh mein Gott, was ist er? Und nein, der Gegner ist auch da. Ja, ja, danke. Geh drauf, geht drauf, geht drauf. Nein, wie geht das? Wie geht das? Wie, wo, was, wieso, weshalb, warum, man? Ich hab euch einfach gegenseitig K.O. Guck mal, er hatte 0,1 Herzen. 0,1. Ja klar, das heißt, er ist im selben Moment auch noch getötet. Wahrscheinlich, weil alles andere würde keinen Sinn ergeben. Wie lange wollen wir noch spielen? Und warum nimmst du das auf? Weil das total der Kack ist, weil... Weiß ich auch nicht, ich meine... Nein, 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 nein. Blocks for anyone hat mich getötet. Ja, okay, ich würde vorschlagen, Sekunde, um diese Runde zu beenden. Ähm, machen wir es so. Wir spielen weiter, aber die Aufnahme beenden wir, glaube ich, oder? Ja, okay, dann machen wir die Aufnahme jetzt. Wie lange wollen wir jetzt weiter? Sekunde, lass... Okay, dann nehme ich das in den... Ich habe meinen Inventage öffnet. Ich habe meinen Inventage öffnet, tut mir leid. Ich sehe meine Tasten überhaupt nicht, deshalb. Bambini, 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 gehört mir, gehört mir. Tod. Ja, ich habe ihn... Ja, er ist tot. Er ist ernsthaft tot. Lalalala. Machen wir eigentlich doch irgendwas Spannendes, Leute, oder? Nee, anscheinend irgendwie nicht, weil das... Ich fühl mich gerade irgendwie so wütendweil ist. Eigentlich muss hier Blocks und, ähm, Bambini müssen es schaffen, unser Bett abzubauen. Tach. Ich schaffe es aber nicht, er schaffe es einfach nicht, er wird es nicht schaffen. Nein, ich kriege... Ach, du bist das, Mann. Kannst du mich gerade mal zu Ende... Nein, wie soll ich denn sonst... Ich muss auch mal ein bisschen... Nein, musst du nicht. Du musst sterben, musst du. Wer nicht, wer nicht. Einfach nur sterben. Ja. Ja, sei langweilig. Ja, ich bin schon. Hey, du musstest es doch hinkriegen, jetzt mal langsam irgendwie unser Bett zu kriegen. Das kann doch nicht so schwer sein. Wie denn, wenn ich nur einen Stock habe? Ich gehe sofort drauf. Ja, warum? Dann ändert man deine Taktik. Nö. Das ist jetzt der beste Takt, weil alles andere kriegt immer das Gold. Ich nehme immer das Gold auf dem Weg. Dann sterbe ich, dann verschwindet das Gold und das Gold braucht ein bisschen zum Spawn. Und dann komme ich nochmal. Dann ist das Gold und ich nachgespawnt. Deshalb... Ja, und zwischendurch komme ich nochmal. Und ich habe jetzt einen schweren Tötig, so. Danke, ist mir egal. Ich mache es wieder und wieder und wieder. Ich glaube, wir sollten tatsächlich irgendwas Sinnvolleres machen. Nein, wir halten jetzt erstmal die Mitte. Und du, Zahler, ich drückst vor und hältst die Mitte, während ich mich auf den Nächsten... Boah, da kommt Bambi wieder. Ich habe Angst, weil ich habe keine Rüssi und nix. Du hast voller Rüstung. Ja, ich weiß, aber... Das war sarkastisch. Der will mit ihm in seinem Bettchen rummachen, dass er noch hat. Was? Ich will mir immer mit meinem Bettchen rummachen, dass er immer das wird. Ich weiß, deswegen ja. Soll ich ihn für dich hauen? Ja, danke. Jetzt kann ich ihn nämlich von unten hauen. Das will ich nämlich machen. Nein. Ach, da kommt noch so ein Harry. Ah, dieser... Der nehme ich aber jetzt. Das ist fies. Ich wollte eigentlich gerade... Der hat mich... Oh, nee, der hat mich nicht. War ja klar. Okay, ich lebe noch. Toll. Und ich gehe jetzt in die Mitte. Okay, geht ihr Gold holen. Ich brauche ganz viel Eisen. Nein, kommt der wieder. Kommt der, nein. Ich muss ihn kriegen, bevor er hier unten ist. Ja, sehr schön. Lass mich durch. Ich will den hier Eisen haben. Lauf. Ich laufe nicht mehr zurück. Ich will das Gold haben. Er ist einfach runtergesprungen. Ja, ich habe einfach runtergesprungen. Tut mir leid. Bei meiner Schuld wollte ich nicht. Ich wollte nicht sterben. Ich wollte ihn eigentlich noch davor schlagen, damit er... Ja, ja. Er will der Kill für dich zählen. Ja, 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 hilf mir. Der Typ hat volle Rüstung. Ich habe nichts. Ich habe auch... Ich habe gar nichts. Der Bami, der Blöde. Man, ihr habt die gesamte mittlere Insel. Du hast dein Schwert gedroppt, ne? Oh nein, ich habe echt mein Schwert gedroppt. Hast du es wenigstens? Ja, ich habe es wenigstens, aber es bringt mir nichts. Ich habe Bambi getötet. Bambili. Ich nenne den Bambi. Nein, ich bin down. Er hat mich erwischt. Ich hatte einfach nur noch ein halbes Herz, weil der Bambi... Nein! Nein! Hat er dich runtergeholt? Ja. Ich habe ihn keinen runtergeholt. Nein. Ich meine, hat er dich runtergehauen? Nein, er hat mich auch runtergehauen. Und ich komme von oben. Ich habe mich schon gefragt, was du da oben machst. Das ist die scheuerste Runde von Bitwars, die wir jemals hatten, Alter. Ich glaube, das ist jetzt die dümmste Runde, die ich hier gespielt habe. Ich glaube. Beziehungsweise die wird, wo ich am meisten gelacht habe. Mann, dieses Loch. Dieses Loch. Oh Gott. Wo ist denn da ein Loch? Ja, da ist mir bei der Brücke ein Loch und da ist er gerade runtergefallen. Ich bin ja schon zum fünften Mal runtergefallen oder so. Mö, das ist Zucker. Ich muss mal nicht schuld. Die müssen einfach nur unser Bett... Bambi getötet. Bambi. Du musst doch nur unser Bett abbauen. Das ist Bambi. Das juckt mich nicht. Ja, das ist Bambi. Geh. Du holst Leuten einen runter, das ist ja egal. Ich. Warum nicht? Ist ja widerlich. Du hast mich gerade runtergeholt. Ich hoffe, du weißt, dass es widerlich ist und dass man sowas nicht macht. Das ist auf sozial unterster Ebene. Wirklich, ganz sicher. Ja, ich weiß. Aber ich glaube, ich werde es trotzdem wieder machen. Ja, viel Glück. Jetzt bleib einfach in Ruhe. Lass mich einfach nur in Ruhe. Hey, du bist bei mir gerade richtig rumgebart. Aber mein Stick ist irgendwie besser als deiner, ne? Doch, beim... Ja, ja, das ist irgendwie oft anders. Ich habe keine Ahnung. Oh, ich habe ihn einfach getötet und dann musst du mich nur einmal hitten. Ihr habt euch gegenseitig getötet. Okay, nice. Nein, ich habe ihn getötet und dann haben wir uns... Ja, das ist gegenseitig umbringen. Das ist es. Das ist es, ja. Nein. Ach, Mann. Das hat man nicht so verstanden. Ich bin auch immer dann direkt zum Gegner rüber. Du bist doch einfach nur einmal... Ich stoppe es. Blocks, du musst doch nur einmal schaffen und... äh, unser Bett abzubauen, so schön. Dann helft mir doch. Dann sag mal, sozial unterstützt mich ein bisschen. Nein, wir wollen ja Spaß. Jo, nein, ich bin runtergesprungen. Und da stellst mich mal ein bisschen. Geht wenigstens fünf Minuten auf eurer Insel, okay? Fünf Minuten auf unserer Insel. Und ihr seid tot, wirklich. Ihr seid tot. Ich verspreche, dass ihr unbört. Ja, okay. Und wahrscheinlich steht er dann da mit noch nicht mal einer Spitzakundschaft. Das ist nicht. Oh Gott. Das ist so geil. Das ist so lustig. Er kommt immer jetzt hier. Und greift mich an. Ich schlage ihn runter. Oh fuck, das war gut. Das war sehr gut. Und da? So, sag ich doch. Und jetzt kommt ein Team-Mail voll ausgerüstet. Oh, ich hab viel Gold. Rätte mich, spit. Rätte mich. Rätte mich. Rätte mich. Rätte mich. Gut, Tag. Ist mir egal. Mein Tag klingt sowieso nicht. Oh, mein Gott. Ich bin mir fast ins Loch gefallen. Rätte mich, rätte mich, rätte mich. Ich kann dich leider nicht rätten, weil ich nicht genug Glück habe. Rätte mit E. Genau, läuft. Passt schon. Rätte mit E. Natürlich, wie denn sonst. Ne, lass mich mal direkt in Ruhe. Wer auch immer das ist von euch beiden. Mit E. Das ist einfach beide. T. 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 Ich schieße den anderen noch kaputt. Aber ich sag mal so, ich erwähne mal. Nein, das darf nicht sein. Oh, ich hab kein Schwert. Nein, ich bin... Oh, ich sei nicht fallen. Hä, warum wurde es von mir umgebracht? Ich war auf meiner Insel. Hä? Also, ich glaube, ich werde... Ich habe einfach, weil ich... Einfach, weil... Ich weiß nicht, weil... Ich bin... Warum? Ich glaube, hier ist irgendwie nicht. Es ist so seltsam. Oh, nein! Ähm... Er kommt wieder, ne? Echt? Alle, ja, wieder. Ja, er ist wieder. Ja, ich komme wieder. Nein. Nein, ich... Was? Das kann nicht sein. Der kann das nicht geschafft haben. Der kann das nicht geschafft haben. Ich hab das nicht gesehen. Das kann nicht sein. Nein, oh, ich bin tot. Nein! Nein, nein. Er hat mich wirklich getötet. Er hat mich... Er hat mich getötet. Nein, mich auch. Oh, gosh. Kreis und Mächt. Woo! Ich wollte eigentlich jetzt gerade eine schnelle Linie... Wie lange hat die Runde gedauert? Oh, das war mal eine geile Runde, Alter. Nimmst du die? Hast du die aufgenommen? Ja. Nicht im Ernst, oder? Doch. Ey, guck mal hier gerade bei den Statistiken. Okay, steht bei mir irgendwie 136 Kills, 109 Tode, Kills zu Todendifferenz 0, zerstörte Wetten 0, gewonnen 1, verloren 0, Spiele 2. Weil, 45 Kills und 172 Tode. Hey, dann zählen die alle Tills nicht. Hallo. Hallo? Ich will jetzt noch was anderes, oder? Hallo. Können wir die Folge wegen des Mal werden? Die Folge beenden. Wieso? Ich hab irgendwie Bock auf noch ein Spielchen. Irgendwas. Dann lass aber irgendwas anderes. Vielleicht nicht. Betfungs. Wir können jetzt so einen Skyblock einladen. Ja, oder SG. Kommt mal alle auf den Fun-Server, juhu. Geht mal ganz normal zurück auf den Fun-Server. Ich renne mal den Spit hinterher. Gut. Zusehen sie überholen ihn. Ja, bei mir leckt einfach zu deutlich. Du leckst gerade richtig rum. Ich weiß. Ja, man geht nicht mehr ziehen. Lass mal so irgendwie PvP. Hätt jetzt Bock drauf. Wo ist PvP? Keine Ahnung. Survival Games. Oder Paintball. Survival Games. Ich weiß nicht, was länger du hast. Warum fliegt der der Hacker? Oh, es können alle fliegen. Ernsthaft? Ja, hier kann man fliegen, damit man schneller zu irgendeinem Game kommt. Survival Games, sagst du? Was ist das denn? Hopp, ich bin wegen den Lecks abgestürzt. So. Also Survival Games. Survival Games. Genau, Survival Games. Und mir aufliegen, ne? Survival Games ist ein PvP-Spiel. Hi, 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 hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Warum gehst du jetzt zum Ausgang? Das versteh ich nicht. gehen wir jetzt da rein oder gehen wir jetzt nicht da rein wo sind der Herr Speed da ist der Herr Speed ja lass mal in die Runde gehen zu dritt das ist doch bestimmt lustig ja genau in die 24er Runde auf die wir nicht alleine starten können zu dritt das Spiel startet ab zwei Spieler ernst okay dann lass mal hier in die ganz ganz links gehen ja gerne ja oder da steht jetzt ein bisschen mehr drauf das heißt du kannst jetzt irgendwie für eine Map voten Vot für die Arena Drybone Valley Futuristic City Excav... Excavation Zero Colossal Calus... Ok ihr dürft selbst entscheiden wer ist der Block denn drin? ja klar wir sind alle drei da drin Hä? wir sind alle drei da drin ja ok weil ich seh ihn grad nicht läuft die ganze Zeit da rum ne ist er überhaupt noch auf Skype? check ich kurz nach ja er ist auf Skype Blox könnt ihr mich hören? ja ich... nein hallo ja kann ich hören ich kann ihn nicht hören ich kann euch beide hören ich kann ihn nicht hören Blox sagt was hallo kannst du ihn hören? hallo hallo nein ich kann dich nicht hören was hast du hallo gesagt ich kann das nicht verstehen sag nochmal hallo hallo ne ich kann das hallo leider nicht hören dann sag ich was anderes du kleineres Vollidiot ne du musst nichts anderes sagen er hat das die ganze... er hat das schon gehört ne sag mal ich frage ich mich nicht verstehen kann wer ist das hier also du hast das verstehen kannst ja das Voten endet in 40 Sekunden sterben was wäre ich... ich hab nur sterben verstanden nur sterben? ja ja ich werde irgendwann sterben ich werde irgendwann sterben ja Sekunde mal Sekunde mal Sekunde mal Sekunde mal in 20 Sekunden endet das Voten habt ihr schon für alle für eure Arena gewotet die unten ja ich hab schon gewotet für welche habt ihr gewotet? ich hab aus Versehen gewotet ich glaub ich hab für das Mountain gewotet ich glaub ich hab für das Mountain gewotet ich hab für das Mountain gewotet einfach so aus Verlust ja ich hab auch ich schwinn jetzt ins Wasser jetzt sind wir in der Lobby Geil! die Event wurde wieder nicht zurückgesetzt neben mir liegen richtig viele Sachen oh mein Gott das ist doch kein Müll was ist das denn für ein schlechter Server ist mein Ernst da liegen drei Diaschwerter komplett Rüstung wahrscheinlich wollen wir irgendwie so ich geh ey Sekunde mal Sekunde mal ne für die erste Minute nicht umbringen bitte weil ich hab beide nicht mehr stehen sonst hat man einfach direkt haben einfach alle ist das Game direkt ich geh mich umbringen nein bitte nicht wie der Gummi hat schon nie alles oh cool ich hab ne Bowl ich hab ein Diaschwert ich kann dich nicht angreifen ich weiß es ist Schutzzeit 30 Sekunden ja ja loot 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 lass mich das Loot gainen yay ich hab ich hab bow arrows ein Steinschwert Schuhe und so weiter Loks wollen wir ein Team gegen unseren Feind machen unseren gemeinsamen Feind äh hallo? ja klar nein doch klar dann lass mir wenigst mein Inventory sortieren du hast eben du hast nämlich Diamanten äh Diamantschwerter sagt's dir ich muss hier grad was machen ich crafte mir jetzt was auf den Table so Blocks Table sehr gut ach Blocks ist schon tot ja was ist ich dachte du würdest doch leben was hat er gesagt ich bin gestorben ich hab keinen Bock gegen jemanden voll ausgerüsteten zu spielen ich bin nicht voll ausgerüstet du hast in dir schlecht ausgerüstet als ich das eben gesehen hab Lohn also schwer ist nicht voll ausgerüstet wo ihr seid wollte mich nicht ich wollte mich nicht mehr anlegen ich hab mich nicht mehr anlegen und Kretzer ja ja er hat er mag gerne Kreative und bitte ich hab mich verzogen ich bitte wo bist du kommst wir betteln uns ich freu mich ich brauche erstmal bis zum äh equip haben wir wollen vielleicht erst mal eine Kiste finden ich hab mich verpistet mein Scheiß Scheiß ich bin so geil equipt mich jetzt nicht ich bin noch ich bin noch ich kann mir OP ein Gold abverkraften toll ich hab nur mal Schuhe und ein Steinschwert ne was ist du hast ich hab nur Schuhe Goldschuhe und ein Steinschwert äh das ist nicht so gut aber wollen wir uns trotzdem betteln nein doch ich würde sagen schon ne dann muss ich mich erstmal finden das hab ich auch noch nie gesehen dass ich einen Goldapfel in einer Survivor Games Runde gecraftet hat ich hab auch Äpfel und ich hab auch Gold aber ich hab kein Geld du bist ernsthaft dass ich suche oder doch wo bist du denn na ich suche dich jetzt nicht tja also ich weiß nicht genau aber ich glaube ich bin Richtung Osten in Richtung Osten gelaufen woher soll ich jetzt wissen vom Spawn aus Richtung Osten ja wo ist denn Osten kannst du doch mit F3 nachgucken F3 steht da Osten F3 so wo steht da jetzt Osten komm dran wohin guckst da wohin guckst das zeigt dir dir auch an und wo ist das? verändert sich da was? auf welcher Seite denn? links links so da steht E 14 da steht 1 das ist Facing 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 und da ist West Facing 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 North East da ist okay in diese Richtung da muss aber da auch sein ne ich laufe gerade ein bisschen rum um mich in Sicherheit zu bringen ich hab ne Angel ich hab ne Angel ich hab ne Angel geil dann kann ich dich mit meiner Angel mich mit deiner Angel aus Neuner nehmen ich hab auch einen Bug ja das soll ich zum Beispiel nicht ja klar der ist fast am Arsch und ich hab auch nicht nur noch 5 Pfeile oh doch ich seh ich hab ein Bug ich hab das ein bisschen zu dünn oder? übern Stack Pfeile alter obwohl kommt drauf an wo die voller Seite ist oder? was macht ihr? hey Blocks kannst du eigentlich spectaten das Match? das ist langweilig wenn ich die Ziegen kommen soll ich komm ja nachher auch wieder in die Mitte aber erst brauch ich ein bisschen besseres Equip ich komm in die Mitte dann komm zum Web-Server und spiel mit mir weißt du was ne? nach dieser Runde hm ich kann das meinetwegen auch kurz mal Hallo ich würde mich jetzt gern mit dir prüfen ja nimmst das nicht auf oder? was? hallo du nimmst das nicht auf oder? doch klar ernst 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 ja ich hab Enderperlen und 3 Diamanten oh nice was hast du denn? Enderperlen und 3 Diamanten hast du auch 10? Enderperle? ja ich hab ne Enderperle ich hab auch 10 Enderperlen ich hab nur 5 aber ich hab Enderperlen und ich hab 3 Diers was denn? ich hab ein Dierschwert ne ich hatte 6 Diers und aus denen hab ich meinen Helm gecrafted und ich hab 4 Dierschwert er weggeworfen soll das Fundament 2 hoch sein oder nur 1 hoch oder? ich hab wieder nen vollen Bow was hast du? ich hab wieder nen vollen Bow komplett ja ich hab nen Stack Pfeiler soll das Fundament 2 hoch sein oder nur 1 hoch? hallo ich will mich jetzt mit dir prügeln ja dann komm 1 2 3 4 siehst du mich? ne ich seh dich nicht 1 2 3 3 4 5 wo bist du du Harry? oh das ist das ist ja das sollst du vielleicht langsam tatsächlich rausfinden wo bist du? meint ihr 4 Blöcke ist zu hoch für ne Decke? was? nein nein ok ja ok dann mach ich 4 hoch ganz so drei 4 5 so passt was bist du jetzt? ich hab mich um gut verpisst gut und schnell verpisst mit Screenplay mit Lemon ich liebe es mit demرaten pack zu bauen Ich will einen Kompass Kann man hier überhaupt mit Kompass Wofür? Dann kommst du nur zum Spawn Nein, 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 nein Die sind meistens auf Tracking programmiert Oh, scheiße, ich ertrinke Nein, ich will hier weg Ich muss hier weg, ich ertrinke Ich ertrinke, ich ertrinke Ich ertrinke Lass mich raus, lass mich raus Oh, ich lebe noch, oh, war das knapp, Alter Was soll denn jetzt los? Ich bin ertrunken, beinahe Du bist ernsthaft Und ich hasse Boden einlegen Dann sollte ich mal wahrscheinlich Wasser suchen, oder? Hm, sozusagen Oh, scheiße, ich glaube, ich bin in die falsche Richtung mit Was? Komm mal bitte zum Spawn Nein, nein, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, scheiße Das Deathmatch startet sowieso gleich Du verweckst mich ernsthaft ohne andere Spiele, oder? Was? Wie behindert hältst du mich eigentlich? Ähm, so wie eine Maus Die in einem Kuchen gelandet ist So, wo bist du? Ich bin auf dem Redef-Server Was? Du hast dich nicht ernsthaft ertränkt, oder? Nein, ich bin an der Enderperle gestorben Tja, schade Er hat sich ertränkt Mann, du Langweiler Komm, jetzt spielen wir noch eine Runde, wo das vielleicht nicht ist Ich wollte, ich wollte Eigentlich an, äh Die zweite Lobby Die zweite, das zweite rechts Ja, gut Oh, ich wollte eigentlich, ähm Wollte ich mich von dir, äh, wollte ich abhauen Ich hab mich gesehen, dann hab ich mich mit einer Enderperle hinterhergeworfen und dann Ja klar, und ich hab mir gedacht, das machst du jetzt auch Und deswegen hab ich mich selbst mit einer Enderperle weggeworfen Und dann meine dritte Enderperle, die mich einquette in sichere Zone gebracht Hat mich dann getötet Dann komm, wir spielen friedlich creative Nein, das will er mich noch einmal kurz umbringen Sekunde Ich hab meine erste Runde gewonnen Ich bin so stolz auf mich Ich hab noch nie eine Survivor Games Runde gewonnen Weil das immer zu doll geleckt hat Weil ich hätte dir ohne Enderperle auch niemals entkommen können gerade Weil mir denke ich übrigens auch Das heißt, ich kann kein Wort von dem verstehen, was du sagst Toll Achso, ruhig Ich habe gesagt, ich wäre dir ohne Enderperle niemals entkommen Da meine Enderperle, äh, da eben so doll geleckt hat bei mir Dass ich nicht schnell laufen konnte Tja, das ist natürlich schlecht, ne? Aus irgendeinem Grund glaube ich, dass der hier auch das Serbitech-Speck hat Wie... Ne, 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 der hat nicht das Serbitech-Speck Gut, dann... Oh, weiß ich, das ist auch schon Ja, was ist denn immer? Man muss einfach ein kreativer Haus bauen Äh... Oh, Geist, jetzt guck mal nach oben, das sieht der richtig geil aus Nichts Was ist das? Ist das eine Taube? Es ist ein Vogel, es ist ein Flugzeug Nein, es ist Batman Oh, das könnte auch ein Klodecker sein Das wär' geil Oh, da versteckt so'n Ding raus, das wär' wahrscheinlich unangenehm Äh, das ist Mockingjay, das ist die Brosche von, äh... Tribute von Panem, die die immer hat Der Sporttolpe Oh, ich hab's mir gemerkt, cool Das ist tatsächlich die Brosche von Tribute von Panem Braunen, Wollblö... Mh, und schwarzen Wollblö... We are in... Oh, das sieht ja mal cool aus Diesmal ist er aber so vollkommen resetet Das ist schön, ich find's schön Na, du weißt nicht... Kann's ja sein, dass die woanders gestorben sind Ist da in... Der Mitte was? Hi, wir spawnen direkt nebeneinander Ich weiß Ja, okay, greif mich ruhig direkt an, als erstes NEIN! Ja, du bist tot Ist das denn ernst? Nein, man stirbt am Anfang nicht, aber... Ich bin einfach ganz unten drin in dem Map Ich auch... Ich hab'n größeres Problem als du Ich... ich häng' hier oben fest Wir nehmen fünf Enderman Okay, wir müssen... Wie, du hängst fest Ja, ja, komm, äh, da... da... da konnte man eben... Bei mir war so ne kleine Brücke Mir wäre dasselbe passiert wie dir, ne? Nur, da war so ne kleine Brücke, aber die waren Einen-Half-Slap zu tief Sodass man da nicht wieder hoch konnte Ohne Jump... äh, Potion Also, ich glaub, diese Aufnahme sind total cool Das heißt, du steckst jetzt da fest, oder was? Ne, ich bin runtergesprungen Ja, okay, wir können 30 Minuten warten, dann startet das Deathmatch Dann kommen wir beide weg Jeder Ah, genau, und, äh, ich sag mal Tschüss, Leute, ich hab' unseren Bock mehr auf diese Aufnahme Sekunde 13 Minuten Was denn seinen abbaut, ist in 30 Minuten? Ha, ja, komm, wir sehen uns früher wieder Ja, komm, wir sehen uns früher wieder Okay, ich farıma, ich, spiel' auch ein bisschen creative und ich wollte eigentlich auch gleich bei dir Prozent wo schon ein bisschen größer wird wohl schon die Kräte Bordas Gräte ist deshalb ich wollte so auch vorher bis jetzt für mich mit den Betten auch wenn ich noch nicht mal eine einzige Kiste gesehen geschweige denn geöffnet doch ich habe eine Gäste ausborn ich sehe was mit auch auf auch aber Junge sie ist ein Lufth Prümen ich war ein Buch zufrieden Mucht also ich glaube das es ist ein Lecker um ein Gott das ist mega geil ich kann so gut doppelt Fenster bauen ich habe genug Platz für sowas um ein Gott denn ich brauche meist sehr ärmlich und die haben dann meistens keine vier Blöcke hoch Platz und das so bist du ich glaube ich bringe mich schon ja bring dich um und es leckt bei mir extrem ich bin auf dem Pool gelandet okay ich kann mich nicht bewegen ich habe null FPS was wieviel PS oh die sind zwei Dias geil und vier Sticks ich crafte mir jetzt ein Dias Schwert ich bin nämlich die direkt aus ich bring mich fast die ganze Zeit selbst um ich hab schon 6 Herzen für 902 Damage so so geh ich mal hier rein so wo sind denn die Crafting Table hier ist einer sehr schön also ich kann mir 64 Stacks äh 64 Stacks ins Dings holen in seinen Tag so dann ist mein Goldheim gekauft so jetzt habe ich auch was ich bin an der die Arena das war's ich hätte jetzt einfach wieder hoch zum Sporn und hol mir die und lute die Kisten die da oben noch sind und kann da wieder hochklettern anleitern wo bist du eigentlich spielt am Ende der Map irgendwie es ist dein Ernst warum lass von mir weg ich bin gar nicht vor dir weggelaufen ich hab einfach nur nach Kisten gesucht hab eine einzige mit Leder schon gefunden so und ich weiß jetzt wie man da hinkommt ich hab gesehen wo du hingefallen bist wohin ja da wo man runter springen muss wie ich jetzt auch ja ich hab irgendwie keine stirb einfach okay stirb einfach hier geht's tief runter du schaffst es nicht so jetzt bin ich runter gesprungen und jetzt kletter ich wieder hoch du bist ja so umbringen äh der Creative Server ruft dich ich komm ja gleich aber ich muss erst noch grad hier den aber soll ich dir was sagen Kerl erb ist da was ich dachte hier sind Hoverboards oder sowas sieht zumindest so aus als als ja hier sind flieg hier sind einfach fliegende Fahrzeuge oh ich hätte mich einfach mit einer Händerperle wieder hochwerfen können ha 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 tja das komm mal noch an so jetzt bin ich drauf und jetzt lute ich die ganzen Kisten alle du wirst gleich sterben weißt du das jeder der Creative beleidigt stirbt früh Creative ist kacke so hier ist ja noch ein Dier ach wie schön Spitz bring ihn um und bring ihn mein verzaubertes Schwert auf Schärf 1 und Rückschluss 1 ich glaube ich nimm das besser lieber als mein Dierschwert oder? Blocks kannst du mir da mal helfen? lieber das Dierschwert oder lieber das Eisenschwert mit Schärf 1 und Rückschluss 1 das Dierschwert Guck auf den Angriff das Dierschwert hält aber länger wieder wie guck auf den Angriff ach egal ähm so hey der Angriff hat sich nicht verändert das das Dierschwert das Dierschwert so hätte ich ohnehin genommen wegen dem Knockback ja ja deshalb hätte ich auch wahrscheinlich genommen aber 7,2 deswegen hab ich dir empfohlen das hier auch nein dann wollen wir uns da mal in der Mitte treffen du Schisser oder oh nein nein ich hab die Potion of a Rabbit bekommen Potion of was? of a Rabbit ich weiß nicht was das heißt aber da steht man kriegt die Fähigkeiten eines Hasen äh? Potion eines Hasen ist das? ja ich krieg die Fähigkeiten eines Hasen Sekunde mal ich trink die grad ach so du isst dann so richtig knuffig Karotten und alle Mäsen sind nicht knuffig ich krieg Speed 3 und Jump Boost 2 was? wie unfair ich dachte die Mädchen stehen dann auch auf dich haha warum? was ist das mit ihm? weil Mädchen Hase mögen angeblich verstehste? ich rede nicht mit euch wieso? oh man das Haus sieht echt nicht gut aus ich hab schon lange nicht mehr Mittelalter nicht gebaut ich hab jetzt vier Goldhelme und drei Goldhosen also ich könnte ja auch mein Effekt von der Kochen auf a Rabbit ist bereit sein falls du dich traust was? dich zu mir zuges... nein ich bin tot ernst ein halbes Herz lass mich in Ruhe 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 ich hab ein halbes Herz ich hab gar nichts alter du kannst mich einfach nein das wäre richtig unfair ich hau ab ich hab immer noch Spiel nein ich hab kein Speed und kein Jump Boost mehr außerdem leckt es viel zu doll für mich ist dass ich irgendwas ähm Speed ich befehle dir bring ihn um ich versuch's aber es leckt einfach bei mir so extrem das ist keine Auswege ich hab nur noch hinterher ich hab null FPS eins zwei FPS wow ich hab grad auch null FPS fuck was geht hier ab bring dich um bring dich einfach um die Macht des Creative Servers was? warum zieht die Enderperle so viele Leben? bist du tot? nein ich hab ein Herz und kein Essen mehr ach komm bitte ach nein man kann hier Weizen und sowas äh man kann hier Kornis abbauen und Pilze ich kann mir eine Mushroom Steum wie viele wie viel Leben zieht denn diese scheiß Enderperle? was hast du gesagt? man kann hier Pilze und Gras und sowas alles abbauen wartest du in der Mitte? nö als ob hier in der Mitte auf dich warten wird oder was? ich hör dich nicht mehr ich mach den Clay Block total in diesem Texture Pack du siehst so schön alt aus wie so altes Fachwerk ohhh bist du wie ein Gomme so geil auf Dingsblöcke oder wat ich guck kein Gomme bist du noch am Spawn? Spitz hallo hä was ist? bist du noch am Spawn wer weiß ne ich lauf eigentlich überall rum wo ich wo ich grad Bock drauf hab wo ich stell mich dir jetzt komm wo bist du? ich bin am Spawn ernst komm ja komm her komm her bring ihn ums Bild ich seh aber nicht den Kollegen wow es leckt und wie es leckt alter leckt richtig ich glaub sollte nicht laufen ok ok kommst du jetzt am Spawn oder ich bin die ganze Zeit am Spawn alter bist du oben drin oder was? ja ich bin oben auf dem Spawn drauf ja warte da komm ich dann jetzt hin ja ok ich will nur wissen welchen Aufgang du verwendest ups ups so ich muss mir grad noch ein ein Diamanthelm craftern ups ich bin grad runtergefallen nein 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 oh shit wo bist du? oh god oh god 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 scheiße oh nice 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 ach die Map kenn ich irgendwo wo bist du? du fällst nicht grad da runter ins Wasser oder? äh doch vielleicht schon dann komm mal wieder hoch ich bin dabei aufzukommen ja soll man sein ganz oben treffen ne ne nicht ganz oben wir betteln uns hier unten ne ganz 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 oben bitte ganz ganz oben ich will ganz oben sein was soll das denn sein nein weil wir ja ok ich bin denn mit dem Rückschuss schwer also ich will mich nicht beschweren ja klar ich bin der mit der Hand also will ich mich auch nicht beschweren iiii dieses Haus ist auch das ist ja das ist ja das ist ja da habe ich keine Chance wo ist hier eigentlich der Aufgang kann man wo kommt man hier nochmal hoch ach da drüben ich sehe iiii was ist das für ein oh mein Gott das ist so widerlich dieses Haus hier dieses rückte Haus ich hab's nie gesehen ich hab's nie gesehen ich hab's nie gesehen ich hab's nie gesehen äh ich bin nicht weglaufen ne 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 ich suche wo ist eigentlich der eigentlich hier komm mal hier du musst hier hin guck mal siehst du mich ich bin direkt über dir da oh that is close hier wo ich stehe das ist so ein Turm da musst du unten rein ok ne Sekunde bleibst du bleibst du auch bei diesem Turm dann gehe ich auf der anderen Seite durch den Turm rein oh schöner Wasserfall wie lange hält denn diese Potion auf Rebels 15 Sekunden und dass er kurz dann muss ich ja ziemlich spät nehmen hast du ich hast du voll Rüstung was? hast du voll Rüstung ich hab nämlich keine chestplate ich hätte eine haben können ich hab keine chestplate und auch keine Hose wenn ich mir kein Dierschwert gekraftet hätte gekraftet ich hab keine ich hab nur einen Goldhelm und ähm Lederschuhe mehr hab ich nicht willst du was von mir haben? ja gerne ich hab das kann dir eh eh nicht mehr geben als Gold ich komm zu dir rüber so lange ich eh überhaupt was auf Rüstung krieg also noch Schuhe und Schuhe und Schwertkündig vielleicht gebrauchen aber nicht angreifen ne? nicht greift und gern so und sie fällt jetzt fällt sie runter oh mein Gott das Geburtet so jetzt musst du sie runter holen nein komm hier ich hab noch ein ich hab drei Stück davon da liegt sie rum da liegt sie hast du noch ein Schwert vielleicht für mich? ich hab nur dir ein Schwert ja das gibt's Alter es ist ungegeben ja nur ein Steinschwert klar doch nein hör auf ey das ist richtig asozial hör auf mit dem Scheiß bitte du bist richtig langweilig ich weiß wie du das danke für das Schwert das war richtig arm sie ja das hätte ich ja ohnehin keine Schmerzen boah das sagst du zu dem der sich nicht verteidigen konnte gerade weißt du denn ja weil ich ihn grad mein Diasch er hat mir sein Dierschwert verwehrt und deswegen als er mir nur schwarze Steinschwert gegeben hat ich muss jetzt ausmachen ich muss ausmachen Sekunde mal tschüss tschüss tschüssi dann gibt er mir noch doch noch ein Steinschwert weil er offensichtlich noch ein Steinschwert hatte ne ja und dann ähm auf welchem Server bist du? auf dem Creative Server ja klar mein ich ja äh keine Ahnung auf dem kannst du ja vielleicht tippe dich mal zu mir vielleicht kannst du das Anfrage gesendet an Blocks for Anyone also da ist der eben dann da gibt der mir eben nur das Stankfetten da hab ich gewusst ok so hab ich keine Chance gegen ihn hab ihn dann einfach überrumpelt und besiegt ehh was ist das denn? was was meinst du? dein Dingensens ja das musst du mit meinem Textspeck sehen das sieht extrem bei mir sieht das extremst eklig aus eklig was du meinst das Haus ja? ja ja weil in deinem Textspeck sieht alles kacke aus muss ich mal wirklich sagen das Deepwater Textspeck ist das schlechteste Textspeck das ich je in meinem Leben gesehen habe ob grün ob es gelb grün n ne 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 blau lila so und was wolltest du jetzt machen Und dann kann ich ja auch irgendwie mal so ein Grundstück haben, ne? Wie kriegt man das? Plot me home, glaube ich. Plot me home. Oder gib einfach nur slash Infos ein. Boah, Alter, ist das dein Ernst? Warum hast du mein Dings zugemüllt? Was machst du da? Hallo? Ja, Sekunde. So, ich habe jetzt auch ein Grundstück. Und wo? Direkt neben dir. Äh... Äh... Das da, wo ein... Achso, hier. Hier bist du, ja? Achso, hier. Ja, hier bin ich. Da siehst du mal einen schönen Regenbogen hier. Oder? Siehst du es? Ja. Schön. Hier sind Fire Charges leider nicht erlaubt, ne? Ja, sind nicht erlaubt. Und auch Pistons, glaube ich, auch nicht. Doch, Pistons sind erlaubt. Echt? Ja, klar. Weil auf Lira.de sind die nicht erlaubt. Beziehungsweise... Doch, aber... Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich glaube, die können... Ich weiß es gar nicht. Was machst du denn jetzt? Nimmst du eigentlich überhaupt noch auf? Klar nehme ich noch auf, Alter. Ach, das ist so seltsam, weißt du das? Ich hau ab, ich habe keine Lust mehr. Ich dachte, wir machen noch ein Weihnachts-Special zu Skyblock. Ja, das können wir jetzt auch noch gleich machen. Aber... Ich muss die Pause machen und aufnehmen. Also Leute, tschüssi, bis zum nächsten Mal. Sekunde, ich will gerade noch eine Kleinigkeit ausprobieren. Und Skyblock. Tschüssi. Warte, warte doch einfach mal ganz kurz. Ich will nur kurz eine Kleinigkeit machen. Das klappt leider nicht. Man kann hier kein Team-Team... ...hin... äh... ...aktiven. Ach doch. Blocks. Blocks. Guten Tag. Krass. Frau Gästchen hat er nicht beendet. Ich werde sie sofort beenden. Aber zuerst möchte ich dir noch kurz eine Kleinigkeit zeigen. Guck mal hier bei mir auf dem Grundstück. Heiheiheihe. Das ist geil. Guck dir das mal an. Was ist das? Das ist meine Ultimative. Die Maschine gefällt mir. Kann man irgendwie auch Partikel machen? Nein, kann man nicht. Kann man auf keinem Server. Nur ein Master Builders. Kannst du eigentlich die Folge beenden? Du hast schon... Ach man, wahrscheinlich wirst du jetzt wieder drei Tage am Upload sitzen. Am Upload. Wo bist du jetzt überhaupt? Äh, unten. Unten? Was ist unten? Ja. Was machen sie denn da? Guten Tag. Guten Tag. Was ist? Wieso bist du da? Weil du mich angerufen hast. Ich hab dich nicht angerufen. Ich hab nur in Blocks angerufen. Nein, du hast eine Gruppe angerufen. Okay, Sekunde, dann war das ein Fehler. Sorry. Du bist verrückt. Ich schmeiß dich rauf. So, er ist weg. So, jetzt beenden die Aufnahmen, bevor sie noch peinlicher wird. Ja, okay. Ich beende die Aufnahme, während ich gerade sterbe. Bis dann. Tschüss. Leute. Tschüss. Tschüss.